Liebe Zuschauer, wir kommen zu einem sehr wichtigen Thema und das sind unsere Zähne. Und die besten Produkte für die Zahnpflege, die haben wir jetzt und möchten Ihnen die gerne vorstellen. Sie wissen gerade, elektrische Zahnbürsten, Schallzahnbürsten sind normalerweise sehr, sehr kostspielig. Nicht aber so bei uns. Und der liebe Carsten ist da und hat uns einige Zahnbürsten mitgebracht. Definitiv. Und da haben wir meines Erachtens für jeden genau das passende im Programm. Stichwort natürlich elektrische Schallzahnbürsten. Wir sind auch getestet worden von der Stiftung Warentest. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mit einem sehr, sehr befriedigenden Ergebnis, muss ich ganz klar zugeben. Aber ich bin der Meinung, und so sieht das auch ehrlich gesagt unser Chef und auch unsere Einkaufsabteilung sieht das ähnlich, dass eine vernünftige Zahnpflege, ein vernünftiges Lächeln, gesunde, stabile Zähne, auch gerne bis ins hohe Alter hinaus, keine Frage des Geldbeutels sein sollten. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich jeder Mensch tatsächlich die Zahnpflege leisten können sollte. Und das bitte auf dem derzeit besten Niveau, was angeboten wird. Und das ist eben nun mal im Rahmen einer elektrischen Schallzahnbürste der Fall. Vor einigen Jahren hat man noch von den elektrischen Zahnbürsten gesprochen. Auch mein Zahnarzt hat die Empfehlung klar ausgesprochen. Seit ungefähr drei oder vier Jahren jetzt mittlerweile nutze ich also auch diese Schallzahnbürsten. Und ich bin vom Ergebnis her schlichtweg begeistert. Die sind toll. Zumal man jetzt hier mit diesen Schallzahnbürsten bei weitem nicht mehr so fest drücken muss, wie das von mir aus noch früher bei den, oder auch heute noch mitunter bei den normalen Handzahnbürsten der Fall ist. Egal, ob sie intelligent ist oder nicht, ein Gelenk hat oder nicht, man neigt immer dazu, fest zu drücken. Und dadurch zieht sich natürlich auch gerne mal das Zahnfleisch zurück. Freiliegende Zahnhälse sind dann entsprechend die Folge. Das bringt eine gewisse Empfindlichkeit gegen Hitze und auch gegen Kälte mit sich und ist sehr unangenehm. Da weiß ich auch, wovon ich spreche. Und seitdem ich hier diese elektrischen Schallzahnbürsten benutze, wie es mein Zahnarzt mir geraten hat, habe ich dieses Problem schlicht und ergreifend nicht mehr. Die Zähne sind sowas von sauber. Sowas habe ich im Vorfeld noch nie erlebt. Also ich putze sehr gerne und sehr oft meine Zähne. Und habe da auch schon einige Experimente gemacht, so was Zahnbürsten angeht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also elektrische Zahnbürsten kennen wahrscheinlich viele. Aber diese neuen Schallzahnbürsten, das ist nochmal was ganz, ganz Besonderes. Wenn man mit so einer Schallzahnbürste putzt und danach mit der Zunge über die Zähne fährt, dann merkt man, wie glatt das ist. Die quietschen richtig, ne? Die quietschen richtig. Und das ist hygienische, hygienischer geht's nicht. Schallzahnbürsten und gerade auch, vielleicht sollten wir das nochmal kurz erklären, elektrische Zahnbürste und Schallzahnbürste. Was genau macht eine Schallzahnbürste? Eine Schallzahnbürste hat im Vergleich zu einer elektrischen Zahnbürste ganz einfach den Vorteil, dass hier nochmal der Schall, der Ultraschall dazukommt. Und unsere Zuschauer kennen wahrscheinlich ein ähnliches Prinzip von der Ausreinigung beispielsweise von Schmuckstücken. Da packst du sowas auch in ein sogenanntes Schallbad hinein, um es etwas naiver zu formulieren. Und das sorgt ganz einfach dafür, dass Verschmutzungen auch in den engsten Ecken, wo man normalerweise mit einer Bürste keine Chance hat, regelrecht abgesprengt werden. Also wesentlich leichter abgelöst werden können als ohne ein solches Hilfsmittel. Und genau das macht eine elektrische Schallzahnbürste auch im Vergleich zu einer normalen elektrischen Zahnbürste so unglaublich effektiv. Hinzu kommt, dass der Schwingkopf hier nochmal um ein Vielfaches schneller unterwegs sein kann. Und speziell bei unserem ersten Modell, was auch die Stiftung Warenteste zwischen hat, im Vergleich auch zu anderen Modellen, die man von namhaften Herstellern natürlich auch an anderer Stelle kennt, reden wir hier von bis zu 40.000 Schwingungen pro Minute. Und das kriegst du als normaler Mensch mit einer Handzahnbürste unmöglich hin. Du bist kein Roboter. Ich habe es mal mitgebracht. Da wurden nämlich ganz viele elektrische Zahnbürsten und auch Schallzahnbürsten getestet. Und wir hier, beziehungsweise Nugent Medicals, hat hier den zweiten Platz von sechs getesteten elektrischen Zahnbürsten bekommen, gewonnen. Und hier unten steht die Bestellnummer. Die dürfen Sie jetzt gerne vergleichen. Das ist nämlich genau diese, die wir Ihnen gerade zeigen. Unsere elektrische Schallzahnbürste von Nugent Medicals auf dem Platz zwei bei Stift- und Warentest. Ich finde das fantastisch. Da sind wir natürlich ganz schön stolz drauf. Zumal wir also hier vom Preis her, glaube ich, ungefähr bei der Hälfte rauskommen, wenn nicht sogar noch ein Stück drunter, als bei dem Platz Nummer eins. Ich meine, Platz Nummer eins ist eine Oral-B geworden, die aber, glaube ich, preislich ungefähr beim Doppelten rauskommt von dem, was wir Ihnen hier anbieten möchten. Und das Ergebnis war unwesentlich besser. Also ein kleiner Übergang von Platz zwei zu Platz eins. Wir sind also sehr, sehr stolz, dass wir von der Stiftung Warentest dieses Urteil bekommen haben. Und wie wichtig das sein kann, vernünftige und saubere Zähne zu haben. Und damit natürlich auch die Zähne bis ins hohe Alter hinein, die natürlichen Zähne zu erhalten. Ich glaube, ich weiß jeder, der schon mal Schwierigkeiten mit den Zähnen hatte, der sich mit Brücken, mit Kronen oder mit dritten Zähnen rumärgern muss. Das ist wahrlich für die Betroffenen kein Vergnügen. Deswegen sagte mir meine Mutter schon in frühester Kindheit, Junge, deine Zähne sind der natürliche Schmuck des Menschen. Pflege sie vernünftig, sorg dafür, dass sie sauber und ordentlich und manierlich aussehen. Dann hast du bis ins hohe Alter was davon und sparst dir den ganzen Heckmeck. Meine Mutter wusste, wovon sie redet. Sie hat also ein Riesenproblem mit ihren Zähnen gehabt. Ja gut, eine andere Generation. Da war natürlich die medizinische Versorgung nicht unbedingt immer so gegeben. Gott sei Dank gibt es heutzutage andere Möglichkeiten. Und das eben für bezahlbare Konditionen, wenn du dir anschaust, was sowas an anderer Stelle kostet. Ja, und da kommen wir zum Punkt. Ich war gerade erst im Drogeriemarkt und habe da mal so ein bisschen rumgeschaut, weil ich gedacht habe, ich muss mal so ein bisschen vergleichen. Da gibt es elektrische Zahnbürsten, ja, ab 80, 90 Euro und dann nach oben keine Grenzen gesetzt. Aber wir hier haben gesagt, nee, Mundhygiene, Zahnpflege, das ist so wichtig, das muss bezahlbar gemacht werden. Und Sie sehen hier, normalerweise kostet auch diese elektrische Zahnbürste 99 Euro. Wir haben gesagt, TV-Sonderpreis, wir reduzieren jetzt mal richtig, dass sich das auch jeder leisten kann. 37,91 Euro für diese tolle elektrische Schallzahnbürste. Da sollte man unbedingt zugreifen, denn nur solange der Vorrat reicht natürlich. Und das ist ein super Preis, da werden jetzt einige bestellen, da bin ich mir sicher. Da muss man ganz klar sagen, also wer da nicht zugreift, der ist entweder schon bestens versorgt oder der legt keinen Wert auf vernünftige und gesunde Zähne. Und das sollte Ihnen definitiv zu denken geben. Wir haben drei verschiedene Modi bei unserer elektrischen Schallzahnbürste. Und zwar haben wir einmal das intensive Putzen bei groben Verschmutzungen zum Beispiel. Das kann man übrigens auch hören, wenn man hier mal einfach mal so einen Karton quasi als Resonanzraum zur Hilfe nimmt. Und Achtung, das sind jetzt die 40.000 Schwingungen pro Minute. Und das ist wirklich eine ganze Menge. Da kriegen Sie die Zähne super sauber, ohne so fest drücken zu müssen. Dann haben wir jetzt hier Modus Nummer zwei. Das sind 30.000 Schwingungen pro Minute. Achso, das normale Putzen? Das normale Putzen, genau. Und dann kommt noch die Massage dazu. Klingt lustig, ne? Klingt toll. Also normalerweise ist sie deutlich leise. Ich habe es nochmal gemacht, um Ihnen das mal zu verdeutlichen. Das ist dann quasi die Massagefunktion. Super übrigens für das Zahnfleisch. Denn Zahnfleisch hat leider den Nachteil, dass es nicht wirklich nachwächst. Wenn es sich einmal zurückgezogen hat, dann liegen eben die Zahnhälse frei. Und dann muss man wieder mit Spezial-Zahncremes arbeiten oder eben die Zahnhälse versiegeln lassen beim Zahnarzt. Ob das die Kasse dann übernimmt, sei jetzt wieder mal dahingestellt. Das sind ganze Rattenschwanze, der dahinter herkommt. Sorgen Sie doch ganz einfach dafür, dass Sie in diese Problematik gar nicht erst reinrutschen. Dass Sie den Zahnarzt von mir aus zweimal im Jahr zu sehen bekommen, der aber nach fünf Minuten fertig ist und Sie mit den Worten entlässt. Es ist alles in Ordnung. Wir sehen uns in ungefähr sechs Monaten zum nächsten Kontrolltermin. So liebe ich meine Zahnarztbesuche. Und deswegen achte ich drauf. Und ich mache das genauso. Ich putze mir mehrmals am Tag die Zähne. Auch da, wenn man mal was gegessen hat, Sie wissen, dass im Kundenverkehr ist es immer blöd, wenn man so ein Schnittlauch zwischen den Zähnen hat. Unabhängig davon finde ich einfach dieses Gefühl klasse. Und gerade hier mit so einer elektrischen Schaltzahnbürste ist man definitiv ganz vorne mit dabei. Und das hat eben auch die Stiftung Warentest entsprechend festgestellt. Und es ist natürlich auch viel, viel bequemer, mit einer elektrischen Schaltzahnbürste Zähne zu putzen, weil man muss eigentlich fast gar nichts machen. Man muss nur die Seiten wechseln und vorne und hinten da die Zahnbürste dann im Mund bewegen. Aber sonst eben gar nichts. Bei so normalen Zahnbürsten muss man ja dann schon ein bisschen arbeiten und richtig schrubben. Hier haben Sie das Problem überhaupt nicht. Und es ist sehr, sehr angenehm. Unsere elektrische Schaltzahnbürste bekommen Sie mit der NC 4897 und der 569. Ich sage es noch mal, Platz 2 bei Stiftung Warentest. Also eine ganz, ganz tolle Zahnbürste. Und das finden nicht nur wir, sondern eben auch die Tester hier. 37,91 Euro. Der fantastische Preis. Und Carsten hat es gesagt, jetzt dran denken. Wenn man dann die Probleme hat, keiner geht gern zum Zahnarzt. Also ich glaube, Zahnarzt ist so ein Thema. Da graut sie jedem davor. Wenn Sie aber darauf achten, wenn Sie hier die tolle Zahnbürste haben und eben regelmäßig Zahnzähne putzen, dann bleibt Ihnen das erspart. Und bei so Preisen, die wir Ihnen heute anbieten, gibt es keine Ausreden mehr, liebe Zuschauer. Zubehör brauchst du allerdings. Wenn Zahnärzte empfehlen, und ich glaube, das ist überall auf der Welt gleichermaßen der Fall, Zahnbürsten spätestens alle drei Monate oder die Bürstaufsätze bei so einer elektrischen Schaltzahnbürste alle drei Monate zu wechseln. Aus hygienischen Gründen. Aber natürlich ist das auch ein Gebrauchsgegenstand, ein Verbrauchsgegenstand, sodass man eben hier ganz einfach klar sagen muss, irgendwann sind die Dinger runtergeschrubbt. Das kannst du sogar sehen hier an diesen dunklen, an diesen blau gefärbten Borsten in der Mitte. Wenn die so, so eine Art Indikator, wenn die so zur Hälfte die Farbe verloren haben, das kannst du mit bloßem Auge erkennen, dann wird es Zeit, mal so eine Bürste auszutauschen. Übrigens, anders als bei den elektrischen Zahnbürsten, haben wir hier einen ovalen Kopf, einen eher etwas länglichen Kopf. Nimmt also wesentlich mehr Fläche mit. Und schau dir mal die Art der Gestaltung der Borsten an. Siehst du die blauen Borsten? Die sind also um einiges höher und leicht wellenförmig gemacht im Vergleich zu den hellen. Damit kommst du super in die Zahnzwischenräume rein. Zahlst du ein kleines Vermögen für, wenn du die von anderen Herstellern als Zubehörer haben möchtest. Wir haben das Zweierset für 6,56 Euro. Da würde ich mich mit eindecken an dieser Stelle. Ja, auf jeden Fall. Für mich war das immer der Punkt, elektrische Zahnbürste, ja oder nein, weil die Ersatzköpfe so teuer sind. Und man dann denkt, man sollte ja spätestens alle drei Monate die Bürsten austauschen. Wenn man dann weiß, okay, zwei Ersatzbürsten kosten 10, 20 Euro, dann überlege ich mir das. Aber hier bei 6,56 Euro natürlich nicht. NC 48, 98 für diese zwei tollen Ersatzbürsten hier. Ja, und dann sind sie eben viele, viele Monate damit gewappnet. Am besten gleich zwei, drei Ladungen bestellen. Kleiner Tipp noch, bevor wir zum nächsten Modell, zu unserer Slim-Variante kommen. Ich habe vor ein paar Monaten mal neue Bürstaufsätze für die Zahnbürste meines Sohnes gekauft. Da ist so ein Lightning McQueen drauf, von dem Pixar-Film Cars. Zwei Stück für 16 Euro. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob es an dem Auto gelegen hat, an dieser Optik. Nee, das ist generell so teuer. Oder an den Bürsten. Ich glaube, bei den Erwachsenen ist das nicht anders. Schauen wir uns das nächste Modell mal an. Und das ist auch ebenfalls fantastisch. Denn auch das ist eine Schallzahnbürste, liebe Zuschauer. Allerdings jetzt hier mal in einer Slim-Variante. Meines Erachtens die perfekte Lösung für all diejenigen, die vielleicht auch mal im Büro, gerade wenn man Kundenverkehr hat, oder die vielleicht auch ganz einfach mal so zwischendurch immer mal wieder eine Zahnbürste gebrauchen können. Die passt super mal in den Kulturbeutel. Die hast du auch mal ganz einfach in der Sakkotasche. Die hast du mal eben in der Handtasche. Aber auch so finde ich sie von der Handhabung sehr angenehm. Auch für die zarten Damenhände, auch für Kinder. Und die ist wirklich Spitzenklasse. Vom Grundprinzip her genauso wie die erste auch. Nur, dass sie eben etwas vom Umfang her, vom eigentlichen Korpus her, etwas schmaler gestaltet worden ist. Und ich finde, sie liegt fantastisch in der Hand. Ganz toll. Und da hast du recht. Also ich habe auch immer eine Zahnbürste dabei. Und gerade hier diese Slim, die ist natürlich super, wenn man die mal mitnehmen möchte oder auch als Reisezahnbürste oder auch als Hauptzahnbürste zu Hause. Denn auch hier haben wir diese elektrische Slim-Schallzahnbürste und eine kleine Station dabei. Und das finde ich immer ganz toll fürs Badezimmer oder auch auf Reisen, dass man eben diese Station hat, wo man dann das Ganze aufladen kann beziehungsweise auch wieder richtig verstauen kann. Ich habe es jetzt mal gerade hier gelöst, weil hier gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten. Ja, genau. Man hat hier nämlich noch einen Aufsatz dabei und den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Schauen Sie mal hier. Drei Stück an der Zahl sind das. Das zum einen, was du gerade drauf hattest, das ist der klassische Konturaufsatz. Also ein, ich will nicht sagen, normaler Zahnbürstenaufsatz. Es geht also dann doch mehr so in Richtung Kontur, dass man also auch die Randbereiche der Zähne hervorragend ausreinigen kann. Gerade auch die Zahnzwischenräume, da kommt man mit diesen Bürstaufsätzen super durch. Sehr interessant, aber ist es speziell bei den Herrschaften, die vielleicht auch schon ein Gebiss haben oder einen Zahnersatz haben, die eine Brücke tragen oder die vielleicht also auch im Teenager-Bereich mit einer festen Klammer ausgestattet sind. Das sind diese Interdentalaufsätze. Schau dir das mal an. Das sind ganz weiche Borsten, die so leicht spitz zusammenlaufen im vorderen Bereich. Wenn man das von vorne sieht, wird das noch etwas deutlicher hier. Da kommst du super mit in die Zahnzwischenräume rein. Denn Zahnseide beispielsweise ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Da habe ich mich also auch schon derbe am Zahnfleisch verletzt, wenn du da nicht aufpasst. Gerade so morgens so halb verschlafen noch. Damit kommst du wesentlich besser dazwischen. Und dann haben wir natürlich noch einen dritten Aufsatz mit dabei. Und das ist dieser hier. Den haben wir quasi gerade schon bei dem ersten Modell kennengelernt. Auch das wieder, dieser etwas längliche Aufsatz mit den toll geformten Borsten, mit denen du ebenfalls ganz hervorragend auch mal ruhig eine etwas größere Fläche hiermit ausreinigen kannst. Man wird grundsätzlich bei den Schallzahnbürsten zunächst einmal im Vergleich zu einer klassischen Handzahnbürste einen Unterschied feststellen. Ich habe immer sehr stark gedrückt. Ich auch, ja. Man dachte, je fester man drückt, je fester oder je mehr man schrubbt, desto sauberer werden die Zähne, was völliger Blödsinn ist. Und das ist ein Vorteil der Schallzahnbürsten. Du setzt sie quasi nur leicht auf die Zähne auf. Alles andere macht die Bürste vollkommen automatisch. Die ersten ein, zwei Tage eine Umgewöhnung, weil man eben dazu neigt, immer etwas fester zu drücken. Dann geben Sie sich die Zeit. Warten Sie die ein, zwei Tage ab und Sie werden begeistert sein von diesem Putzergebnis. Und gerade auch das Laden einer solchen Bürste. Die haben alle tolle Akkus, die also wirklich lange halten. Aber auch wenn du es laden musst, musst du eben kein Kabel einstecken. Du hast die tolle Station mit dabei. Und das wird ganz einfach aufgesetzt, das gute Stück. Und dann wird sie wieder mit Strom versorgt, quasi per Induktion geladen. Also eine ganz tolle Angelegenheit hier. Und jetzt schau dir mal hier den Preis an. Wahnsinn. 28,41 Euro für eine elektrische Slim-Schallzahnbürste mit den Aufsätzen dabei. Und hier auch diesem tollen Zwischenraumaufsatz. Eine ganz tolle Sache. Bestellen Sie schnell, liebe Zuschauer. So einen Preis dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. NX 5315 und die 569 für diese tolle Slim-Schallzahnbürste. Ich glaube auch gerade Kinder, wenn du sagst, dein Sohn, die putzen sehr ungern die Zähne. Aber mit so einer elektrischen Zahnbürste macht es dann schon mehr Spaß, ne? Absolut. Also mein Sohn hatte am Anfang auch eine ganz normale Handzahnbürste. Ich gebe aber gerne zu, dass ich mit dem Putzergebnis nicht wirklich glücklich war. Unser Zahnarzt oder der Zahnarzt meines Sohnes auch nicht wirklich. Und er sagte dann auch mal eben ganz einfach, pass mal auf, geh doch ganz einfach auch bei deinem Sohnemann mal auf eine elektrische Zahnbürste. Das Ergebnis ist besser. Das heißt, wir sehen uns nicht mehr allzu oft und dein Sohn wird lieber putzen. Und genau das ist auch definitiv der Fall. Das Zähneputzen ist mit so einer elektrischen Zahnbürste oder einer elektrischen Schallzahnbürste in dem Fall noch besser. Natürlich ein richtiges Spektakel. Auch hier drei verschiedene Modi. Schnelles Schwingen, moderates Schwingen oder dann eben auch die Intervallfunktion. Das heißt, die Massage für das eigentliche Zahnfleisch. Und hier reden wir natürlich auch von bis zu 31.000 Schwingungen pro Minute. Das kriegst du mit keiner Handzahnbürste der Welt hin. Das stimmt. Toll, die liegt super in der Hand und für keine 30 Euro eine klare Kaufempfehlung. Definitiv auch von meiner Seite. Schönes Teil. Und es gibt noch einige weitere Beiträge, denn viele, viele haben hier schon gekauft und bestellt. Und hier hat uns die Cecile aus Bremen geschrieben. Ich bin auf Anraten meines Zahnarztes von einer klassischen zu einer Schallzahnbürste gewechselt. Und ich bin mit dieser sehr zufrieden. Das Reinigungsergebnis ist deutlich besser als mit Handputzen oder klassisch elektrisch. Super, ich bin sehr zufrieden. Das freut uns, liebe Cecile. Aber es stimmt. Also die Zahnärzte raten es mit Slim-Schallzahnbürsten. Ich putze jetzt die Zähne. Ganz toll. Okay, wir lassen mal hier Carsten seine Zähne weiterputzen. Hier kommen wir natürlich auch wieder bei der Slim-Zahnbürste zu dem Thema Ersatzköpfe mindestens alle 3 Monate mal auswechseln. Deswegen haben wir auch hier gesagt, wir müssen einen tollen Preis finden, dass Sie auch immer günstig wieder Ersatzzahnbürstenköpfe bekommen. 6,46 Euro. Auch hier das tolle Zweier-Set. 56 natürlich. 6,56 Euro für 2 Bürstaufsätze. Übrigens auch noch farblich markiert. Das heißt, hier weiß man immer ganz klar, welche Bürste ist für Mama, welche Bürste ist für Papa. Das ist einfach sinnvoll. Und auch da kann man nur ganz klar sagen, wenn Sie da mal bei anderen Herstellern schauen, dann zahlen Sie für so ein Zweier-Paket locker mal so zwischen 12 und 16 Euro. Und da zähle ich Ihnen keinen Blödsinn. Sie wissen, was so etwas mitunter kosten kann. Wenn du mal ein Schnäppchen machst, kriegst du mal 2 Stück für 10 Euro von mir aus mal im Sonderpreis im Drogeriemarkt. Hier würde ich mich mit eindecken. Denn der Preisvorteil von über 30% liegt klar auf der Hand. Und für 6,56 Euro da mal 2 neue Aufsätze mitzunehmen, glaube ich, ist auch finanziell zu verkraften. Auch farblich anders markiert. Also wenn Sie sagen, mein Partner möchte die Zahnbürste mitbenutzen, haben Sie dann auch hier Farbe Blau und Farbe Weiß. Und können sagen, so, Partner nimmt Blau. NX 5317 und die 569, liebe Zuschauer, nur 6,56 Euro für 2 Zahnbürstenersatzköpfe. Und jetzt werden wir mal ganz professionell. Und das ist meine absolute Lieblingsstation. Denn hier sieht es schon fast nach Zahnarzt aus. Ja. Beziehungsweise alles, was Sie brauchen, um nicht zum Zahnarzt gehen zu müssen. Und das eben nachhaltig. Grundsätzlich bin ich der Meinung, und das praktiziere ich auch seit vielen Jahren, schon weil ich eben weiß, dass nichts passiert, in der Regel nichts passiert, dass man also zweimal im Jahr den Zahnarzt aufsuchen sollte, ganz einfach auf Nummer sicher zu gehen. Wenn Sie mal eine kleine kariöse Stelle haben, dann ist eben so eine kleine Behandlung dann doch noch etwas angenehmer, als das 2, 3 Jahre zu verschleppen. Im schlimmsten Fall muss der Zahn gezogen werden. Da kriegen Sie eine Krone oder eine Brücke oder sonst irgendwas. Und der das erlebt hat, der weiß, dass das kein Pappenstiel ist. Insofern bitte auf jeden Fall rechtzeitig für die vernünftige Pflege der Zähne sorgen. Ich glaube, dann kann man solche Geschichten beim Zahnarzt ein Stück weit nach hinten verschieben. Wir haben eine tolle Station mit einer elektrischen Zahnbürste, natürlich mit einer elektrischen Schallzahnbürste und natürlich auch mit einer elektrischen Zahnbürste. Deswegen habe ich gerade noch mal geguckt. Dann natürlich die Munddusche mit dabei und jede Menge Zubehör. Und das ausgesprochen kompakt, übersichtlich und vor allen Dingen hygienisch und auch klasse von der Optik her in dieser praktischen Station. Schön sind auch die Aufsätze, die wir für die elektrische Zahnbürste hier noch mit dabei haben. Da sehen wir also auch eine Zungenbürste. Zungenbelag ist maßgeblich unter anderem auch für Mundgeruch zuständig. Das ist sehr unangenehm, gerade wenn man einem Menschen gegenübersteht, der so ein bisschen aus dem Mund riecht. Ich glaube, das muss man nicht näher beschreiben. Das kennt jeder. Kann man ein Stück weit damit verhindern. Wir haben die Aufsätze für die Zahnseide und natürlich auch die Interdental-Zwischenraumbürsten, um super nochmal dazwischen zu kommen. Das höre ich gerade aus der Redaktion. Ich lag richtig mit dem Ansatz Schallzahnbürste. Also Schallzahnbürste, alle drei Modelle, so natürlich auch hier bei unserer Station. Richtig. Es ist ganz fantastisch, denn hier hat man einfach eine Station. Wenn man hier zwei Minuten mit dieser tollen elektrischen Zahnbürste Zähne putzt, das ist übrigens auch noch etwas. Ich musste immer früher mit Zanduhr drei Minuten Zähne putzen. Ach, das ist auch so eine Zanduhr? Immer. Ja, Schallzahnbürsten, da wird geraten oder beziehungsweise wird erlaubt, nur zwei Minuten Zähne zu putzen. Reicht, weil es eben viel, viel intensiver ist und alles weg sprengt. Und dafür braucht man nicht so viel Zeit wie fürs normale drei Minuten Zähne putzen. Also zwei Minuten Zähne putzen ist vielleicht auch toll für Ihr Kind, wenn Sie sagen, okay, du kriegst jetzt eine neue Zahnbürste, du musst immer fleißig Zähne putzen und du sparst sogar eine Minute. Richtig, das ist für Kinder ganz entscheidend. Ganz entscheidend, oh ja, für mich war diese Sanduhr immer so, oh, wie lange läuft dieser Sand? Da kannst du jedes Korn zählen. Kinder haben da eine andere Empfindung. Vor allen Dingen glauben Kinder immer, dass sie es nicht für sich selber tun, sondern für die Eltern oder für den Zahnarzt oder was. Irgendwann später kommt man dann auf den Trichter, da ist es mitunter aber auch schon zu spät. Da sind dann schon die ersten karriösen Stellen da und dergleichen. Ich habe viele Jahre eine feste Klammer im Mund gehabt, drei Jahre danach noch diese rausnehmbare für die Nacht. Also ich tue alles, um die Zähne, die natürlichen Zähne, die ich habe, möglichst lange so zu pflegen, dass sie so aussehen, wie sie heute aussehen. Das ist mir ganz besonders wichtig, auch gerade bei meinem Gegenüber, um da nicht nur in unserem Beruf, sondern auch ganz einfach zwischenmenschlich, sich da nicht irgendwie genieren zu müssen. Ich finde es furchterlich, wenn die Menschen die Hand vor den Mund halten oder sich nicht trauen zu lachen, weil die Zähne nicht in Ordnung sind. Das kann es nicht sein. Ja, das kann es nicht sein und es kann so einfach gehen. Und Sie sehen auch hier bei Pearl TV, es kann auch günstig gehen. 56,91 Euro anstatt 129,90 Euro, was für so eine Station eigentlich schon wirklich günstig ist. Sie haben hier die elektrische Schallzahnbürste, Sie haben hier eine Munddusche und Sie haben hier noch verschiedene Aufsätze, wie zum Beispiel die Zahnseidenaufsätze, wo man dann Zahnseide einspannen kann. Das ist super, das ist spitzenklasse. Das ist fantastisch. Da gab es früher, gab es von Oral B, an dieser Stelle möchte ich es mal kurz erwähnen, einen sogenannten Kolibri. Das war ein ähnliches Prinzip, das war so ein vibrierendes Element, ein ganz kleiner Knopf, ungefähr so groß. Und da waren also oben diese Y-Aufsätze drauf mit einem Stück Zahnseide dazwischen. Ich habe also auch irgendwelche Zahnseide immer so dazwischen, gerade hinten im Backenzahnbereich, kommen so da kaum dazwischen. Und dann rutscht man ab und dann hat man, das Zahnfleischblut ist, hat man drei Tage was von. Hier wird ganz einfach die Zahnseide eingespannt. Und das ist ganz praktisch, Sie nehmen die Zahnseide Ihrer Wahl in einer Stärke Ihrer Wahl, die super zu Ihren Zähnen, zu Ihren Zahnzwischenräumen passt. Und dann hast du jetzt hier eine wesentlich schonendere Möglichkeit, ganz einfach mal in die Zahnzwischenräume reinzukommen. Dazu kommt natürlich die Vibration der Schallzahnbürste. Und das bedeutet auch die Zahnzwischenräume. Dort, wo gerne mal Essensreste hängenbleiben, wo sich gerne auch Karies bildet, aufgrund der Tatsache, dass eben Essensreste auch mal über Nacht eben in diesen Zahnzwischenräumen verbleiben, die kriegt man damit hervorragend raus. Es ist eine Frage der persönlichen Einstellung. Dem einen ist das lieber, dem anderen ist das lieber. Ich persönlich mag beides ganz gerne, Zahnseide und Munddusche. Am besten natürlich beides zusammen. Da sind sie hundertprozentig auf der sicheren Seite. Und dann können sie auch sicherlich in hohem Alter noch davon ausgehen, dass sie sich das Thema künstliche Zähne, dritte Zähne und dergleichen, oder auch mal Brücken oder Teilkronen und dergleichen schlichtweg sparen können. Oder das Thema zumindest noch viele Jahre nach hinten hinaus verschieben können. Hier in der Munddusche haben wir jetzt einfach Wasser drin. Da kann man aber auch so tolle Mundspülungen reinmachen, die dann auch noch mal richtig erfrischend sind. Mundwasser. Und dann auch noch mal für den richtigen Atem. Ja, ganz genau. Zähne putzen und dann Munddusche, Zahnseide. Und dann haben sie einfach alles richtig gemacht, liebe Zuschauer. Brauchen nicht zum Zahnarzt. Und kriegen auch viele Komplimente. Also ich höre immer wieder, oh, hast du schöne Zähne. Das ist natürlich, weil man drauf aufpasst. Anders geht das nicht. Und dazu braucht man das richtige Werkzeug. Und das haben sie hier absolut zu ganz, ganz kleinem Preis. Die komplette Station. Und wir haben noch gar nicht alles gesagt. Hier auch der Spiegel zum Beispiel, um mal nachzugucken. Der ist super. Ganz toll. Den kenne ich sonst noch vom Zahnarzt. Er ist sogar noch beleuchtet. Den kannst du hier mit der Beleuchtung zuschalten. Und da kannst du natürlich auch mal hinten im Backenzahn oder auch mal im hinteren Bereich der Zähne ganz einfach mal schauen, ob eine kariöse Stelle mit dabei ist. Gleiches Gerät oder ein ähnliches Gerät nutzt mein Zahnarzt natürlich auch. Ich habe zu Hause keine Chance mit so einem kleinen Spiegel, gerade im hinteren Zahnbereich mal eben zu gucken. Aber auch da kann man sagen, Mensch, gehe ich jetzt diesen Monat mal zum Zahnarzt oder kann ich es vielleicht nächsten oder übernächsten Monat machen? Vielleicht gerade keine Zeit da, Urlaubszeit und dergleichen. Sie kennen das. Da kann man da ganz einfach mal besser kontrollieren. Übrigens die Munddusche komplett kabelfrei. Und das finde ich super. Das ist wichtig. Ja, das ist richtig gut. Also gerade auch auf Reisen mal die mitzunehmen. Das Oberteil kann man ja hier abmachen. Hier haben Sie übrigens auch noch in der Station noch einen Ersatz dabei. Und dann haben wir auch wieder das für die Zahnzwischenräume. Hier diesen Aufsatz doppelt dabei. Und hier ist noch mehr hinten dran. Ja, ganz genau. Das sind jetzt hier, also das ist nochmal die eigentliche Station für die Zahnbürste. Auch da ganz einfach nur die Bürste draufsetzen. Das wird per Induktion geladen. Und hier haben Sie nochmal Platz für insgesamt drei Aufsätze. Das ist übrigens diese Zungenbürste sozusagen. Sieht aus wie ein kleiner Schrubber. Ja. Das ist Spitzenklasse. Kennst du diese Metall-Elemente, die so ein bisschen wie so ein Hufeisen gebogen sind? Oh, das ist so unangenehm. Wenn du da hinten ans Zäpfchen kommst, krieg ich wirklich einen Würgereiz. Wenn ich nur darüber nachdenke, krieg ich diesen Würgereiz. Da ist sowas wesentlich angenehmer hier. Denn gerade auf der Zunge, Sie kennen das, wenn Sie Kaffee trinken, wenn Sie vielleicht auch Raucher sind, Rotwein hat einen ähnlichen Effekt, hat man so einen lästigen Belag auf der Zunge. Und natürlich nicht unbedingt immer dann die Möglichkeit, sich dann sofort mal eben schnell die Zähne zu putzen. Und das über ein paar Stunden verteilt, über den Tag, bringt ganz einfach Mundgeruch mit sich. Deswegen zwischendurch ganz einfach mal auch die Zunge mit abbürsten. Und das eben ohne diesen lästigen Würgereiz. Dann ist die Mundhygiene ganz einfach perfekt. Und das sollte ja Anspruch sein. Und wir sagen heute, pass mal auf, vernünftige Zahnhygiene, nachhaltige Zahnhygiene und Pflege der Zähne muss nicht gleich ein Vermögen kosten. Wir haben fast 60% Preisvorteil. Und für unter 60 Euro eine komplette Station mit allem, was dazugehört zu bekommen, ist schlicht und ergreifend Spitzenklasse. Da haben wir tausende Modelle von rausgegeben. Und unsere Kunden sind rettungslos zufrieden. Also ich muss zugeben, ich bin selber Heißtraube. Ich werde mir definitiv mal eine bestellen. Gerade allein schon wegen der Munddusche. Ja, das ist fantastisch. So was alleine kostet schon mitunter mehr als die ganze Station hier. Absolut. Und machen Sie sich mal den Spaß. Gehen Sie mal in den Drogeriemarkt und schauen Sie da die Preise an. Gerade so eine Station mit Munddusche und diesen ganzen Aufsätzen. Was das kostet im Drogeriemarkt. Ich war dort und mir ist schwindelig geworden. Da habe ich gedacht, nee, das muss ich hier gleich mitteilen. Wir haben wirklich den besten Preis. Und gerade bei elektrischen Schallzahlenbürsten liegen wir, glaube ich, ganz, ganz weit vorne. Und mit dieser Komplettstation hier, die man übrigens auch, und das ist natürlich wieder typisch Frau, sehr, sehr schön ins Badezimmer einbinden kann. Sie können sie einfach hinstellen, aber Sie können sie auch, wenn Sie möchten, an die Wand hängen. Und das sieht fantastisch aus. Und dann einfach rausholen. Das ist aufgeräumt, das ist ordentlich. Gerade auch in Weiß, das hat eben immer etwas Medizinisches, etwas Hygienisches, etwas Reines, ganz klar. Und ich finde, das gehört ganz einfach ins Badezimmer mit dazu. Das sieht klasse aus. Da muss man sich auch nicht schämen, wenn man so eine angeschrubbte Zahnbürste irgendwo dann auf dem Becken ablegt. Ich persönlich finde das peinlich. Das muss nicht unbedingt sein. Vor allen Dingen zeigt das ganz klar, dass der Mensch vielleicht dann doch nicht unbedingt so Wert auf seine Zahnhygiene legt. Ob ich so einen Menschen jetzt küssen möchte, weiß ich nicht unbedingt. Nee, eher nicht. Diese Entscheidung überlasse ich jedem selber. Aber ich für meinen Teil bevorzuge Menschen, die dann doch eher Wert auf eine vernünftige Mundhygiene legen. Und ich glaube, damit ist es definitiv garantiert. Übrigens gerade so eine normale elektrische Zahnbürste von dem Hersteller, der hier Platz 1 belegt hat, knapp vor unserem Modell, aber doppelt so teuer ist, fängt im Einstiegspreis an. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, vor knapp 2-3 Wochen stand ich im Elektronikfachmarkt, bei knapp 60 Euro. Nur für die Zahnbürste, für eine elektrische Zahnbürste. Wenn du dich für eine Schallzahnbürste interessierst, bist du mit ungefähr 80 Euro im Minimum dabei. Hier bekommst du für 57 Euro knapp eine komplette Station mit elektrischer Schallzahnbürste, mit den passenden Aufsätzen und sogar noch mit der kabellosen Munddusche. Da kann ich nicht mehr viel dazu sagen, liebe Zuschauer, außer bestellen, bestellen, bestellen. NC 4990 und die 569 hier für unser Zahnpflegeset mit hier diesen ganzen Optionen. Jetzt sehen Sie schon eingeblendet die Wechselköpfe dafür. Und jetzt schauen Sie mal bitte hier. 10 Wechselköpfe für 12,26 Euro. 10 Stück. Ist das Wahnsinn? Das ist mal ein absolut Wahnsinns-TV-Sonderpreis. Wenn ich mir überlege, eben für die zwei Bürstaufsätze meines Sohnes, nur weil da ein komisches Rennauto drauf abgebildet war, ansonsten eine Bürste wie jeder andere auch, für knapp 16 Euro. Hier bekommen Sie für noch nicht mal 13 Euro 10 Aufsätze. Da sind zwei Bürstaufsätze für die Zahnpflege mit dabei. Die beiden Zungenbürsten natürlich, dann haben wir die beiden Aufsätze für die Zahnseide und natürlich auch noch die beiden Aufsätze für die Interdentalzwischenraum oder Zahnzwischenraumreinigung und dann natürlich auch noch mal die beiden Aufsätze jetzt hier für die Munddusche. Auch das noch mal farblich markiert. Da würde ich mir ehrlich gesagt immer mal ein Set, auch gerne mal zwei nach Hause bestellen. Für kleines Geld, immer mal in die Schublade legen. Vielleicht hast du auch mal spontan Gäste. Die haben jetzt auch nicht unbedingt dann immer alles mit dabei. Ich weiß nicht, ob jeder immer gleich eine Zahnbürste hat, wenn er zum Bekannten fährt. Ja, aber dann hast du auch mal eine Chance zu sagen, pass mal auf, komm, ich habe alles da. Leg dich hin, fest morgen früh nach Hause. So ist es. 12,26 Euro für ein 10-köpfiges Wechselset, liebe Zuschauer. Bestellen Sie das gleich dazu mit der NX 8030 und der 569. Und dann haben Sie alles, was Sie für die Zahnpflege brauchen und müssen wahrscheinlich nicht zum Zahnarzt. Und das wollen wir doch alle. Also los geht's im Zähneputzen, bestellen und dann viel Spaß dabei.